Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Reitier-Guide. Heute zum Stachelschlund Heinmalmar, auch der ist ein 100%-Rub aus dem Ardenwald. In eben jenen begeben wir uns und zwar in den Westen der Zone, in die nicht instanzierte Variante dieses nebligen Labyrinths. Dort gibt es diese wahnsinnigen Wächter, das sind solche Runen-Hörsche, auf deren Rücken ein Sprigan sitzt. Töten wir den Hirsch, kommt der Sprigan runter und töten wir den, gibt es eine geringe Chance, dass der um Hilfe ruft. Und wenn das passiert, dann erscheint er der Gorm-Zemer-Tiso, der arbeitet nach dem selben Prinzip. Heißt, erst hauen wir sein Reitier weg, dann ihn selbst und dann droppt er das Reitier für jeden in der Gruppe. Kann da auch durchaus empfehlen, sich eine Gruppe im Tool zu suchen. Einfach benutzerdefiniert und da diesen Tiso-T-I-Z-O eingeben und dann so ein bisschen gemeinsam farmen. Hat bei mir auch circa eine halbe Stunde gedauert. Kommt ganz darauf an, wie viele dieser Hörsche gerade Lust haben und wie schnell ihr die natürlich für eure Gruppe beanspruchen und dann töten könnt. Ich wünsche euch eine gute Jagd, viel Erfolg und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschau's!